Ja, grüß Gott. Hallo. Ich bin die Hermie Kürmer. Ich habe eine Frage. Dürfte ich bei Ihnen da in der Wiese ein Bild malen? Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Was malen Sie da? Ja, ich male ein Aquarell hier in der herrlichen Kremstall. Die herrliche Landschaft bei dem wunderschönen Wetter. Und es gibt nirgends so einen schönen Platz wie da. Seit wann malen Sie? Ja, ich male eigentlich seit Kindheit. Ich habe als Kind gerne gemalt. Ich habe nie aufgehört zu malen. Ich habe Gläser bemalt. Ich habe Hinterglasmalerei betrieben. Und ich habe seit den 80er Jahren mich dem Aquarell verschrieben. Und Aquarell ist einfach das Beste für die freie Natur. Ich male auch Öl, Acryl, aber das im Atelier. Und in der freien Natur ist eigentlich mein liebstes Atelier. Ich habe in ganz Europa schon gemalt. In Siena am Campo, in Prag an der Karlsbrücke, mitten in der Toskana. Also es gibt eigentlich in Europa fast keinen schönen Platz, den ich im Aquarell festgehalten habe. Ich habe auch unzählige Mahlreisen geleitet und bin jetzt ein fanatischer Aquarellist geworden. Kann ich Ihnen ein Bild bestellen? Ja, selbstverständlich können Sie ein Bild bestellen. Erstens habe ich an die 400 Bilder von allen möglichen Regionen bei mir im Atelier, in der Galerie. Und zweitens können Sie ein Bild bestellen nach einem Foto. Ich kann Ihr Haus malen. Ich kann jedes beliebige Motiv malen. Und übrigens, ich mache auch Porträts. Porträts von Menschen, aber auch meine Leidenschaft sind Tiere, wie Katzenporträts, Kühe, Pferde und alles mehr. Also wenn Sie zum Beispiel ein altes Foto haben. Nach diesem Foto kann ich Ihr Haus malen oder das Pferd oder ganz egal welches Motiv. Ich kann aber zu Ihnen kommen und bei Ihnen Ihr Motiv malen. Oder ein schönes Urlaubsfoto, wo Sie eine schöne Erinnerung haben. Nach einem Foto male ich Ihnen ein Bild. Ja, und übrigens, meine Lieblingsmotive sind Baustellen. Da habe ich zum Beispiel schon für die Energie AG die Müllverbrennung gemalt, für Welsstrom die Baustelle eines Kraftwerkes. Kräne, Bagger, alles Mögliche. Und technische Dinge am Bild festzuhalten, ist für mich einfach was Wunderbares. Danke, auf Wiederschauen. Ja, danke auch, auf Wiederschauen. Vielleicht sehen wir uns einmal. Danke, alles Gute. Danke. Danke.